Da bin ich. Micha! Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Was mir Schreckliches passiert. Fürchter, ich gebe mir einen Kuss. Der Arzt sagt, ich habe ihn krank gemacht. Sag mal, wie ist es dir unterwegs ergangen? Ich habe eine ganz große Entweckung... Für den Konfekt hat er gegessen. Seit fünf Tagen ist er keine Schokolade mehr. Was ist denn geschehen, um Worte schrieben? Siehst du das? Ich schwöre, ich habe wirklich keine Schuld. Ist denn das so schlimm? Vorsichtig! Du kannst dich noch anstecken! Vorsichtig! Seh mich doch schon vor! Komm schnell mit dem Umschlag! Pass auf, dass er sich nicht erkältet! Das ist eine schöne Geschichte! Du Vieh, du bringst mich noch um! So! Seit Wochen geht er schon! Jeden Tag für gut 20 Umschläge! Ja! Ja! Auch ein Geschäft Gottes! Krank, was? Ja! Ja! Meine Frau ist überzeugt, dass ein Wundertäter ist! Das scheint ja eine reine Epidemie zu sein mit diesen Wundertättern! Wie sagten Sie, heißt er Rasputin? Rasputin, Exzellenz! Gesund! Vollkommen gesund! Ohne das geringste zu tun! Nur mit seinen Augen hat er ihn geheilt! Rasputin! 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 Rasputin!